Du sollst nicht vor deinen Eltern laufen, nicht vor ihnen sitzen und du sollst auch nicht sie beim Namen nennen. An Abi Hurayrata radiallahu anhu wa adha, Abisara Rajulein. Einmal sah Abu Hurayrata radiallahu anhu wa adha, abisara Rajulein. Einmal sah Abu Hurayrata radiallahu anhu, zwei Männer. Fakala li ahadihima, dann sagte er zu einem von den beiden, ma hadaminka, in welcher Beziehung steht diese Person zu dir? Fakala Abi, er sagte, das ist mein Vater. Fakala, yani Abu Hurayrata, la tusammihi bismi, dann sagte Abu Hurayrata, nenn ihn nicht bei seinem Namen. wa la tamshi amamah, und laufe nicht vor ihm, wa la tajlis qablah, und sitz nicht vor ihm, und sitz nicht vor ihm. Die Beliefung, liebe Geschwister, ist bei, in al-adab al-mufraq von al-Bukhari, nicht in seinem Sahih, in al-adab al-mufraq von al-Bukhari, und Sheikh al-Albani, Rahimullah, sagt, sie ist Sahih, die Beliefung. Das bedeutet, wenn du mit deinen Eltern draußen bist, laufe nicht vor ihnen. Laufe nicht vor ihnen. Und sitzt auch nicht vor ihnen. Und vor allen Dingen, nennen sie nicht bei ihrem Namen. Es gibt Leute, Auzi Billah, ich weiß nicht, ich habe das nicht in vielen Ländern gesehen, aber einer sagt, Thomas, komm mal her, zu seinem Vater. Ulrike, wann bist du endlich da? So was gibt es nicht mehr. Bei uns ist das eine große Respektlosigkeit, dass man seinen Vater oder seine Mutter beim Namen nennt. Und man läuft nicht vor ihnen. Sag mal, Abul Barah, aber ich habe einige Überlieferungen der Salaf gelesen, wie sie vor ihren Eltern gelaufen sind. Ja, da ging es darum, dass sie sie beschützen wollten in bestimmten Situationen. Das ist was anderes. Aber allgemein laufen die Kinder nicht vor den Eltern.